Yo Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von TTT mit dabei, da wir so viele sind, zeige ich jetzt einfach alle runter. Und zwar haben wir einmal den Bleddick, Sascha, Bebo, Hila, Mathis, Schechti, Slowmo, Sonic und Xanto. Hallo. Ich bin zum Dumpfeneitern. Keiner weiß jetzt, wer wer ist. Divi ist nicht dabei. Wieso bin ich jetzt nicht dabei? Ich bin Gott. Weil wegen der Milch. Ach wegen der Milch. Morö. Schichti, magst du mich heilen? Schichti? Ist es richtig, dass ich... Schichti? Robert, jemand rede mit dir. Was, was, was? Magst du mich heilen? Ich bin direkt zwirrend und beginn von der Leitung, da gib mir nur genau auf Halbfleisch. Warte Sascha, ich kann dich heilen. Ja, verpiss dich. Verpiss dich. Wo bist du? Ich bin nicht da. Sascha ist Traitor. Ey, Leute, ihr dürft, ihr solltet nicht durch den Teleporter gehen, witzende Sette. Ja, der ist dangerous. Dann nicht weiterlaufen, ansonsten lauft ihr in den Tod. Das klingt echt so. Schade, ich hab extra nichts gesagt. Alles klar. Ist das normal, dass wir Grafik-Bugs sind? Eigentlich nicht, nein. Warum? Nein, der sieht immer so aus. Schichti, du willst mich doch feiern, oder? Warum gibt's auf der Map irgendwie... Wo bist denn du? Keiner, warte mal. Warte mal, wie geht das? Oh, danke. Es geht doch nicht weiter. Nicht weiter wegwerfen. Nein, warte. Blomo kommt näher, da geh ich lieber weg. Ja, das stimmt. Ich hab ne Sniper, aber was will ich denn auf den alten Tanz? Ne, da geh ich nicht. Alter, hier sind da nur Hupen. Äh, No-Scope oder so? Juuuuh! Oh Gott. Ja, stimmt. Gibt ja auch. Alter, der hat gestorben. Ach, schon wieder Freischaden, das gibt's doch nicht. Hallo. Ja, aber ich glaube, der ist nicht Teleporter gegangen. Man. Oh, oh, oh. Bevo, der ist down. Alles cool. Down. Down, 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 down. Down, with a job. Bevo, warum ist Bevo... Er ist irgendwo von oben runtergefallen, hab ich nur gesehen. Ja, er ist neben mir aufgeklatscht. Ja, tschöchst du, welche Teleporter benutzt? Schon wieder? Noch einer. Schon wieder einer? Ja. Ich glaub, das war Sonic. Ne, ich lebe noch, hallo. Hier. Wollte ich sonst noch reden? Ja. Ja. Hallo. Enten kauft einer. Warte, 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 warte. Wenn er mich schon wieder allein falsch hat. Wo, 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 wo bin ich? Da. Wer sieht mich da? Hey, Dete. Alter. Ist er tot? Nein! Nein! Sonic, auf wen hast du gerade geschossen? Auf Mathis. Was? Ist er das? Er hat gekauft. Okay. Dann droben hat auf einmal eine Waffe in der Hand. Und dann hat er sich nie wegbewegt. Stevie, verpiss dich. Ja? Was? Ich lauf doch nur hier rum. Mach einen Abgang. Bist du hier etwa irgendwo? Ich hab noch. Stevie, Stevie. Nerv ihn. Nerv ihn weiter. Ich weiß, er macht noch nie. Ich seh nicht mal jemanden. Nein, nein, nein. Okay, Stevie ist es. Stevie hat... Stevie ist es. Ich weiß schon, wie die Folge heißt. Nein, 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 nein. Fuck! Leute, wir hatten Second Chance. Der Sonic schießt leise auf irgendwelche Leute. Aha. Schießt auf wen? Oh, oh. Ja, ich hab dich gesehen. Ich schieße. Ja. Sascha, was? Er hat einen Bummerang gedockt. Oh, okay. Er hat einen Bummerang gedockt. Er hat einen Bummerang gedockt. Ich riech ihn offen. Nein, hat er nicht. Natürlich hier einen Bummerang guckt doch. Aber ich kann hier nichts machen. Es funktioniert gar nicht. Warum identifizierst du ihn nicht? Wenn man sich geht. Dann get ne. Nichts funktionieren. Du bist ein Kack-Noob. Was willst du? Jetzt ging's. Ja, was doch nicht. Mach schon mal. Jetzt, jetzt mach das nochmal. Komm, das will ich jetzt sehen. Warte nochmal, ich hab sie gesehen. Warum? Hühnchen, zeig dich. Bups, Alter. Ach, der Detail lebt auch noch. Ja, da lebt auch noch. Ja, leider. Ach, f*** dich doch. Ey, das ist aber nicht schön. Das kann aber nicht wahr sein. Ey, so kippt doch, aber nicht viel. Ich glaub, da spielst du wohl. Ich glaub, ich sag. Nein. 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 Ah! Ganz schlecht. Nein. Nein. Ist das falsch? Wichtig, du musst irgendwie an ihm vorbeigekommen sein. Das kann passieren. Ah! Nein, nein, komm! Jetzt stirb doch. Verdammt. Wer ist jetzt Theo, wer nicht? Hast du ein Heilteil? Ja, hab ich. Nein! Nein! Nein, das kann doch nicht sein! Guck schon! Nein! Ja! Ja! Nimm meine Eier in den Mund! Eigentlich sehe ich keinen mehr. Toni, wo bist du? Vom Haus. Verdammt. Natürlich unten, ne? Hunger. Wait what? Und zur Essenspause, ja. Okay. Dann mach ich weiter. Ich gehe nichts mehr. Ah ok, alles safe. Hmm, wo ist er nur? Guck mir mal jemand zu! Hmm, wo ist er nur?! Hmm, weiß nicht wie er ist! Ich weiß! Sie liegt an der Wand durch den Schach! Warten wir mal, warte mal! Nö. Ich bin da reingefallen! Ich wollte das nicht. Ich hab den nicht gesehen, der war direkt in deiner Nähe und hab den runtergelatscht Ich steh da eine Minute in deinem Rücken, ich hätt die ganze Zeit Headshots drücken können Ich hätt besser abgedrückt Hast du aber nicht gemacht Und dann vertraue ich einmal auf dein Wort, dass Mathis es ist, dass er gekauft hat Ja vor allem ich hab die ganze Zeit der Gegend rumgeschossen, ja ich hab gekauft Ja ich hab's halt nicht gesehen, ich wusste es nicht Ach du kaufst doch immer Ja ich kauf immer Schade dass ich Sonic nicht getroffen hab, ich bin extra runtergesprungen um ihn zu töten Ich hab das nicht verstanden, ich stand direkt neben Tony Ich hätt nicht jemandem gedacht, dass er Sniper gehabt hat Hallo Eben Hacker 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 Tee 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 Alter Alter Tee 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 Warte, ist das Stevie? Oh Gott, warte. Hallo Sascha. Hat er getrunken? Hat einer getrunken? Nee, es war aber knappig. Nein, 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 nein! Oh, 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 oh! Oh Mann. Was wird das, Sonic? Ja! What the fuck? Ja, das war's. Stevie, verpiss dich. Mach'n Abgang. Ah, hier. Hallo, Matthes. Ja, Stevie, komm her. Matthes, womit ziehst du auf dich? Warum schießt du auf dich? Schießt nicht auf dich, ich schießt auf das Haus unter dir. Ach so. Schießt auf das Haus? Ah, das hat dir das Haus getan. Ihr schießt denn hier überhaupt? Weg nicht. Was? Das muss nur kaputzen. Kaput? Wie? Wo? Ich war hier oben auf dem Dach drauf. Oh, kam das Baby jetzt? Kaufst du etwa gerade? Was für ein Baby, Alter? Wo kommt der gescheißen Karton her? Oh, sorry. Ach, es gibt ja Baby Launcher, stimmt. So ist das in meinem Haus. Sonderkneben, wir lag eine Leiche von Stevie, warum? Da um die Ecke. Warum sind hier Grafikpakt? Oh, fuck, nein. Ach so. Da hab ich in Ruhe. Irgendjemand snipet auf mich. Ah, Tür! Ah, Junge. Ah, Tür! Was schießt? Es ist Bevo. Ich sag doch, dass es Bevo ist. Hä? Nur weil er da nicht runtergekommen ist. Nur weil er schwarz ist? Was? Durchs? Ah, oh,quzych's! Aufr Purdue das ist doch aufgegangen. Da ist jemand. Ja, es ist denn hier die ganze Zeit. Ich fühl mal auch mitkommen. Oh Gott, wie kommt ihr dann auch? Bleint irgendwie Platz? Ich hab die nach unten geschmissen. Da wurde aber jemand weg. Also dann canvicht. Wollte die noch ein Identify Body. Warum glaubst du die ganze Zeit ohne Waffe hier stehen? Oh Gott, war nicht gesucht. Ich hab mir eine Kugel geschossen, neben mir ist eine Kugel eingeschossen. Hast du ihn gesucht? Sascha hat Angst. Ja? Sascha, wo bist denn du? Sascha? Und Uten wurde auf mich geschossen. Der Sache will ich doch mal auf den Hund gehen. Alter, ich peinke mich noch nicht, wo's hier was ist. Da hinten. Da ist ne fette Treppe und ich seh die einfach nicht. Boah, Alter. Scheiße. Leute, der DT ist tot. Haben wir zwei? Der DT ist tot. Ja, Sascha, wo bist denn du? Ich bin Enno. Ja, das weiß ich. Ja, Sascha. Wir nicht. Sascha. Ich hab ne falsche Waffe dafür, wartet. Wo hast du dich denn jetzt versteckt? Ich hole ihn mir. Keine Angst. Nein, ich will den haben. Nein, ich will den haben. Und tot. Alles klar. Den hab ich nicht mal gesehen. Boah, mein Herz schon hier gerade. Warte, warte, warte. Nein, tu das nicht. Alter, ich bin einfach mit dir geholt. Ich bin einfach nur tot gewesen. Ey, das müssen wir versuchen. Ey, wenn wir nochmal, ne? Das versuchen wir. Aber nicht sagen. Nichts sagen. Ey, wer war das mit der Taube? Ich. Das war Sonic. Geil. Guck auf das Vögelchen. Und boom. Ich mein, Heiler hat zwar auch meinen Namen gecalled. Aber das wurde zu groß. Zum Ignoriert. Aber es wurde halt einfach ignoriert. Weil du ignoriert bist. Hey, warum explodiert du das fast nicht? Das ist sehr gut. Weil nicht alle Feste explosiv sind. Was? Nicht alle Feste sind explosiv. Alter, ich hab auch mal explodiert. Du hast geschossen. Ja dann, was für deine Preparing? Was weiß ich denn? Preparing. Oh Gott. Preparing. Oh Gott. Hervis, hast du gerade getrunken? Ich hab getrunken. Ich hab Durst. Achso. Okay. Ah, ich weiß, was du vorhast. Oh, ich geh nicht mehr vor die Tür. Was? Oh nein. Ich geh nicht mehr vor die Tür. Ich bleib hier, wo ich bin. Ich hab doch nichts vor. Aber der wird schon. Nein. Das ist doch voll die Lüge. Was hast du da? Richtige Lügnisse. Oh Gott. Und tschüss, Robert. Oh Gott. Oh die Laune. Oh Scheiße. Seit wann? Gab's auf dieser Map schon immer mehr, äh, mehr als zwei Eingänge in den Keller? Ich hab ihn. Mach mich nicht, ich hab mich auch nicht. Hast du gerade gekauft? Du hast dich nicht bewegt. Nein, ich hab's geguckt. Na, danke. Oh. Ich hab so hoch wie es geht. Leute, wir lassen hier einfach mal eskalieren da oben, ne? Ich chill hier. Ich hab mir geguckt. Hey. Ah. Hey. Wo ist es? Komm mal mit. Was? Ja, ich hab's second chance. Schicht hier ist es. Schicht hier ist es. Ich hab's jetzt getötet. Voll der Lüge. Nein. Was voll Eingang. Ja, jetzt ist auch ein Eingang. Was voll Eingang. Ja, jetzt ist das immer spielen. Nein, 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 noch Mann. Das ist die Oberfläche. Ja, hab's schon geguckt. Ich hab's schon geguckt. Einfach doch hier bei mir. Ja, ich hab's nicht mehr. Lüger. dann lege ich mich doch nicht mit jemandem wie dir an Lüge, Lüge Lüge Ich hab dich aber nicht getötet Ja, ich sag's was Ja, ich sag's Ja, so wie du das gerade erzählst komm ich dir sowieso die ganze Zeit schon in Suspishes Ja, eben Das ist ja nett Wo ist denn der Rest jetzt eigentlich? Oh, komm mal raus Oh, hi Hi Komm mal raus Töp 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 Oh, Gott Tachen wir doch mal auf die Leiche von Hochmattes Alter Hi Da bin ich wieder Warte, was? Ah Was ist da gerade passiert? Nix Schlicht gelegt noch Nein, ich leb nicht mehr Alter hat auch irgendwie gebacken die Leiche drum, ey, das ist ätzend Oh Gott, ich will nicht rausfallen Ja Ich will nicht rausfallen Mein Kill Warum bist du so low, Bewo? Weil ich jetzt Weil ich Matthes abgeschossen hab Oh, low, 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 low Oh, ich bin einmal runterfallen bin okay hat keiner gesehen doch doch ich hab's auf aufnahme hallo ist ja nicht so dass ich es auch auf aufnahme hallo fiel wohl auf das war ein traitor tor da so lebt nur noch einer ich bin was ging jetzt ab ich hab mich zu den verrätern geführt ja sorry also ich hab ich hab dort stand aber ich wusste nicht dass er dich direkt umlegt also von daher ist die ich habe keine waffe das antwort keine waffe da ist jemand nach falschen gestorben ich hab das halbe leben es ist keiner gestorben ich glaube ich hab den soundcheck nicht gut gemacht gefühlt sind drei viertel der leute viel zu laut okay schön für dich nein nein hallo hier ich hab twitter gekillt ach so das war's gar nicht da kommt props nach unten gefallen die wollen uns progenjohle ganz kurz guck dir mal meine leichte an meine rechte hand Erzwul machen. Sterben mit Stil. Sterben mit Stil. Das kannst du nicht. Ich glaube, in Munition kannst du nicht propkillen. Das ist langweilig. Du stört! Es geht mit dir, Alter. Warum schießt du? Ja, warum schießt du denn? Oh! 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 Das ging mit dir, Alter. Hast du das gesehen? Nee, hab ich nicht. Ich hab in der andere Richtung hingekommen. Wir haben nach oben geflogen. Der war schuld, der Mann, der für mich schiebt. Kaffee-Dies! Mit einer Shotgun. Was machen wir denn jetzt, Tolles? Du gehörst mal auf, mir auf den Sack zu gehen. Ich geh doch nicht auf den Sack. Hallo, Tony. Oh, warte mal, ich hab Duels. Mauchspäße mit Stühlen. Was war denn jetzt? Ja, okay. Alles klar. Ich kann dir nicht fropkisch. Okay, Sascha ist tot. Er ist scheinbar gepro... Gepropkisch. Ich hab Duels noch. Jetzt nicht mehr. Okay. Wow, das ist natürlich... Makaber. Makaber. Doi doll. Kann ich meinen Traitor wiederbilden? Doi doll. Achso, Mathis, der ist schon identifiziert worden. Oh Gott, Friendship! Bist du Traitor? Neb ihn mal wieder. Ich, ich, ich töte mich. Nein, sorry, ich würde nicht sagen, aber ich bin leider der Traitor. Wer hat sich gerade selbst gekillt? Der Nächste! Ähm... Bevorich ist tot? Oh Gott, jetzt war jemand tot. Ja, Sonne ist tot. Irgendjemand sniper. Oh Gott. Oh Gott. Alter, Sascha ist es. Das war so klar. Au! Was ist denn los? Hä? Wo treibst du dich rum? Du darfst reden. Wo guck. Erstmal das hier. Ah! Ah! Oh! Oh! Ah! 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 Ich zeige dir jetzt fuß! Was ist denn? Das ist der falsche. Das andere. Das war mehr gewesen. Nee, auch nicht. Hä? Das ganze Team holt er weg und dann verkackt er. Und ich werde noch nicht mal revived, wie behindert. Und ich treffe die da unten einfach nicht. Ich springe die ganze Zeit runter und so suche die nicht. Fick dich, Sonic. Warum springst du auch runter? Ich wollte dich gerade abknallen. Mach nur das, Alter. Ich werde immer von demselben getötet. Das ist doch meine arme Leiche. Nö. Von der Schwerkraft, Alter. Von der Leiche. Jetzt werde ich die ganze Zeit sterbe ich nicht. Und wenn es ohne Grund ist, mein Bruder, der mich immer tritt. Ja, sorry. Ja, sorry. Das ist halt ein Schwerster. Ja, sorry. Ja, sorry. Huch. Passiert halt mal. War ich mal? Ich war noch keine Runde inno. Ach, komm, wir sind schon wieder Traitor. Äh, hallo? Was ist das? Aliens. Das ist Santos Soundboard mal wieder. Da kann ich mir doch mal kurz alle Items durchlesen. Dein Soundboard, mach mal wieder schöne Geräusche. Ah, bleib ich den für ne Kackwache. Das muss ich, ich hab grad ein bisschen umgesteckt, weil ich irgendein Störgeräusch drin hab, was ich, wo ich nicht weiß, wo es herkommt. Ja, wir haben jetzt ein Störgeräusch. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich steck's dann gleich um. Ah, Sascha, sagst du drauf, schießen? Ja, mach ruhig. Halt es dir eine Runde aus, bitte. Ah, wo? Ah, okay. Oh, wo hab ich das hin geworfen? Ah Gott. Oh, Foda. Oh, Foda. Wo ist das hin? Ah, Leute. Tonek. Ist es da rum,BRUGEN. Oh, Leil. Lass du mal mit. Ich bin wieder jemand an Fallschaden gestopft. Äääääääääääääääääääääääääääääää. Ne, nö. Noch Einer ist tot? Oh ja, war der nicht direkt über mir? Ich hab' ihn gleich. Hn. Leute, zwei Leute haben zwei T's an Falscharmen. Wo bist du denn? Kannst du mich fangen? Nicht! Ach komm, der P jetzt stiebe. Jetzt aber mal ganz ehrlich. Weißt du, wie weit ich weg war? Wo warst du? Mongo, ey. Hier, die verdienst du. Kann ich nicht identifizieren. Du weißt leider, dass ich's nicht bin, ne? Da ist doch, warte mal, es gibt doch da ein eigenes Tier. Stiebe, warte mal. Ich hab leider, wenn ich einen Credit habe, dann lebe ich dich wieder, Stiebe. Das war nicht geplant. Ich wollte eigentlich an dir vorbeispringen. Sato! Mute nicht mein PS! Hä, was? Ja, sorry! Ja, sorry! Oh Gott! Hinter mir rennt sie her! Ich bin nicht! Aua! Stichty hat auf mich geschossen! Stichty schießt auf mich! Ich hab ne Insty auf dich geworfen! Achso! Ich bin hier drin! Ich bin hier drin! Ich bin hier drin! Ich bin hier drin! Hör auf! Das ist... Das war... Das war ein Versehen, gell? Ja. Nicht kill mit Boomerang jetzt! Hallo! Du hast dich immer noch kennengelernt! Ich kenn dir unseren Xanto! Nein! Ja, sorry! What the fuck! Okay, eins gegen eins fertig! Hallo! Hi! Oh Gott, ne, ne! Ich glaube, es ist ziemlich safe Bevo! Traitor! Wieso? Ne, es ist cool! Wer sich so an die Kante stellt, der hat es nicht anders verdient, Bevo! Warum wirfst du das wie mit einem Boomerang auf mich? Ich hab mir gemacht, aber es hat mich richtig angeschrieben! Alter! Alter! Alter, es wird immer penetranter! Alter! Du redest nicht oft genug! Das ist das Problem! Ja, das stimmt! Beim Reden geht's weg! Ja! Ja, ja! Ja, ja! Na, das war lieber! Während ich mich für Bledicare Battle, der mich versucht gerade umzutöten, äh, umzutöten! Alles klar! Deshalb hab ich ja auch die Prober noch, versuch ich etwas mein Idiot zu befinden! Stevie redet wieder! Stevie du bist ja als Traitor! Hör nicht aufzureden! Das ist jetzt auch nicht gut! Ja, warum? Was ist Stevie Straitor? Er hat auch gerade einen Boomerang auf mich geworfen, ich war mir nicht sicher, ob es von Stevie kam oder Ich hab immer einen richtigen erwischt, da hat es gewichtigt! Hast du verdient! Jo! Stevie mit Second Chance darf es auch noch reden, ne? du musst runter blattig damit ich nicht runterschieße richtig tanz blattig schießt blattig warum hast du mich jetzt angeschossen ja weil du mir voll in den rücken geschossen hast ich hab dir ins knie geschossen ja und das waren trotzdem 30 leben was stimmt denn nicht mit euch aufstehen aufstehen was hab ich nicht gekillt zu meiner verteidigung stevie ist hier hinten links von dir links links da in der ecke war er eben gerade kann sein dass er in keller gegangen ist hallo stevie erstmal muss ich aufs sonic schießen alter du hast es verdient du bist doch schon lange bekannt alter jo bro ho ho alter ja kann mich nicht treffen oh gott ich werde sterben was scheißspiel scheißspiel mama hoi leute ist der p228 keine fliege oh gott stevie wo bist du stevie wo bist du denn da bist du was ich sehe deinen namen dead ringer du froh bist eine gewalte inkompetenz in dieser runde gerade ich habe aber viele gekillt also spitze nicht du ich habe nur deinen dead ring erwischt ne ahnung am anfang sterben zwei traitor durch fallschaden nur ich konnte das ja jetzt nicht verraten ich habe mich schon gewundert warum du gestorben bist aber der andere mensch neben dir nicht leute letzte runde äh äh brain brain ich hasse diese leider ich auch ich war traiter und wurde gepropt killt random was das ist doch ne nene nene was .... ist euch schon klar dass die rache kommen nene nene warum nene 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 Nein, nein, nein. Geh, geh, Siviii. Tschüss, Siviii. Ach wirklich. Wir haben eine Sword auf, nehmen wir aber. Äh, was? Was hast du? Also, ich nehm die Siegel des Fährer. Mach dich nicht unglücklich. Mach dich krass. Nein, krass. Nein, 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 nein. Wir haben heute alle einen Motorbrot gefressen, oder was? Ningen, nennen, 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 nennen. Ganz genau. Huh, eigentlich mach ich nicht so. Der will mir den Munster biegen, das find ich aber nicht in Ordnung. Oh, hu! Oh Gott, Sonic. Da hätt ich beina einen Abgang gemacht. Äh, über mir ist jemand gestorben. Warte mal, ich mag diese Leute überhaupt nicht. Welche Leute? Ja, das hab ich nicht gefunden Bleidig ist tot. Bleidig ist tooot als ob der nicht stirbt wird mich verarschen was ist noch los es geht schon wieder ich hab mich selbst angeschossen mit dem pass wäre der gewesen meinst du ja you know what i mean man da kommt ein cooler englisch boi ist das schon tot was was ist das für ein hallo wirst du dahinten scheiß haus rein danke du kannst es ja nur noch sein was in das scheiß haus scheiß haus ja es gibt das scheiß haus auf der web wo war der heile die ganze zeit von wo kam der denn jetzt hallo alles gute kommt von oben machen jetzt schönes kinders ist das ist ein spiel spielen das ist tauben fangen kennst du das spiel erkenne ich ja hört darauf mit gegen man ihr toten bitte warum schmeißt du denn mit gegenständen auf mich mal ganz ehrlich du kannst du noch nicht mal wo ist die taube im traiter inventar relativ weit oben guck mal ich dachte das kark sand und deswegen habe ich sie nie abgeschossen die lange weil ich hatte die jetzt nicht tausend du darfst heißt gut leute das immer noch und heute haben zu dann mit der ich kann nicht gleich sagen die ist der link zu den anderen ist natürlich und nicht die beschreibung und ich würde sagen wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin und ciao